Wenn der Winner ist... Wenn der Winner ist... Hallo und herzlich willkommen zu Y Play. Heute ist der liebe Chris zu Gast. Ja, und wir zocken heute Real Steel. Und wer den Film kennt, weiß, dass der Hauptdarsteller-Robot Atom ist und der Endgegner, der böse Zeus, und ich als alter Bösewicht und griechischer Mythologie-Liebhaber, nehmen wir dann einfach mal Zeus, den Schwatten-Robot. Sehr schön gesagt. Und ich, weil ich der liebe kleine Junge von nebenan bin... Zum Beispiel? Nehme ich Atom um den Hauptdarsteller auch. Wir können ja vielleicht gleich nochmal wechseln. Wir spielen Death of Three. Schauen. Wenn ich dir ein bisschen mehr auf die Fresse hau, vielleicht spielen wir nicht so oft. Ja, vielleicht. Gehen wir dann auf jeden Fall. Bist du ready? Ein Klärchen. Was geht hier ab? Ex. Ja, wirklich? Oha. Du kannst zwar jetzt nicht nehmen, oder was? Ja, dann nehme ich den Noisy Boy. Nehme ich einfach den Noisy Boy. Noisy Boy? Okay. Ist bekannt für den Haftschläger an dem Kopf? Ja, hier ein bisschen Posen. Der People Champion. Ha 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 ha. Guck mal. Yeah. Da, das ist eine Maschine, Alter. Ich spielst so mit einem Panzer-Noisy Boy. Das ist nicht der Panzer. Okay. Okay, ein richtiger Panzer. Okay. Komm schon, komm her. Erstmal in Deckung. Oho. Willst du ein bisschen tanzen mit mir, ja? Willst du, willst du? Oha. Okay. Und dann ein paar Punches gegen den Kopf. Und ein paar Tiefschläger. Ja, ein paar Punches gegen die Eiserne. Was? In die Eiserne, hä? Oho. Da taumelt der Blut. Da taumelt der kleine Mann. Ah, das hält er aus. Das ist überhaupt kein Problem. Uhuh. Und dann kommen zwei harte Schläge in die Magengrube. Ah, ne. Luftschläger ist auch nicht so schlimm. Oho. Okay. Komplett gedamaged. Komplett gedamaged. Da kann er natürlich nichts machen. Oh, ne? Die Boy taumelt. Und da kommen Flo-Mo-Schläge. Von Tato. Und hier. Und da kommen die Punches gegen den Kopf von 90 Boy. Von 90 Boy. Nein. Fall doch um. Jawoll. Okay. Und jetzt muss ich mich wieder recoupen. Komm schon. Komm schon. Okay. Okay. Ich bin in den linken Ball. Ich bin in den linken Ball. Und schnell das beraten. Okay. Und jetzt ist X. Boah. Richtig schnell. Das ging schnell. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Und dann steht der wieder wie ein. 1. Und da kommt der direkt. Boah. Da guckt der direkt. Boah. Das ist jetzt ein bisschen sehr krass. Alter. Du glaubst du direkt übertreibst. Ja, aber guck mal. Hier bleibt nicht mehr viel Zeit. Tschüss. Ja. Neues Boy. Ich stehe hier einfach direkt. Pfeife auf. Guck mal. Zack. Bei 35 ist er schon wieder da. Mal gucken wie er ist. Kommt da mit der Punch. Oh der Taumel. Der Taumel. Wow. Der Taumel. Neues Boy. Oh nein. Atom. Kommt. Kommt. Nein, 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 nein. Der Taumel kurz. Tiefschlag. 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 Yes. Okay. Kommt da. Yes. Ach du hast dich in die Pause. In die runden Dings. Da sieht man natürlich. Repair Hand natürlich. Ja. Okay. Weil der hat richtig einstecken müssen. Ja okay. Wo sieht man denn, was man denn repairen sollte? Das ist die Frage. Mhm. Das weiß ich auch nicht so genau. Ah wahrscheinlich, guck mal. Bei mir ist der Arm zum Beispiel gelb. Der ist wahrscheinlich schon ein bisschen angeschlagen. Jetzt wirst du dich auf die Fresse kriegen. Mal komm. Ich bin richtig recovered. Richtig. Really, really recovered. Aber guck mal. 1.830. 1.603. Also. Ja. Du bist schon ein bisschen gedamaged. Du lagst ja auch schon zweimal am Brunnen. Ist ja einfach mein Fein. Komm schon. Komm her. Ah der kleine Flinkertone. Wow. Was war das denn für ein Schwinger? Leck. Wow. Wow. Was ist denn mit dir? Da bringt er das ganze. Und jetzt. Die Tiefschläge. Komm schon. Neu sie. Oh. 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 Out of range. Oh. Der muss kurz recoveren. Der kleine Atom. Was ist das denn? Oh. Ja. Machst du denn das? Ja. Oh. Das hilft dir überhaupt gar nichts. Da bei dir. Kannst du nichts machen. Ja. Kannst du nichts machen. Dann lockt er einfach die Schläge. Und dann kommt er hier aus der Deckung. Warte noch nicht. Wow. Was ist denn mit dir? Fall hin. Geh zu Boden. Ja. Es wird immer schneller. Es wird immer schneller. Es wird immer schneller. 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 Bitch. Komm schon. Oh yeah. Atom. 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 Leute, der ist down. Der ist weg. Ich schwitze schon. Get the winner is. Get the winner is. Ja. Atom. Willst du ein Rematch? Ja natürlich will ich ein Rematch. Aber Andrew Roberts oder? Ja. Haben wir denn so viele zur Auswahl? Ich hoffe auf jeden Fall. Ähm. Hier Midas. Kann ich. Ich bin immer noch sehr traurig. Oder Metro. Ne, Metro. Ne, Metro nimm. Der passt zu dir. Nein, ich ne Metro. Metro sieht aus wie Panzer ab. Kannst du. Dann nehm ich, ähm. Dann nehm ich Midas. Ihr bleibt nicht viel. Dann nehm ich Midas. Ja hier. Mal schauen ob du jetzt was zeigst. The Goldblooded Killer. Midas. Stammt das da? Ja. Und bei dir steht? Frankenboard. Einfach so aus diversen Teilen zusammengesetzt. Ne. Alter. Guck mal. Siehst ja richtig böse aus. Guck mal wie klein ich bin im Vergleich zu dir. Guck mal wie schmal ich bin. Ne das zu dir. Und jetzt komm. Wow. Fuck. Wie machst du das? Kleiner. Pisser, ey. Oh, da tauben die beide. Oh. Dann lebt er sich kurz zurück. Und dann kommt er wieder aus der Deckung. Ey. Verdammt der Axt. Puh. 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 Pures Metall aufeinander. Bam. Okay. Der Anlauf. Dicke Damage. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Was war das Ding? War das eine dicke Faust? Das war eine übelst dicke Faust. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Und dann taumelt der wieder. Oh shit. was wird schwinger ich hab da noch unterbrochen machst du da irgendwas ganz ganz krass ist jetzt kommen die fans ja da geht es nicht erlauben ohne probleme da ist es doch nicht und dann geht er direkt jetzt rettet er sich wieder in die pause okay ich muss nichts mit pern ich bin doch voll da du musst ein händler schon aber ich mache auch mein und weiter geht's so head repair ein neuer und ein neuer das head repair programm oh man das ist denn mit ihr und jetzt und ein ob sie da schaffst du keine panzer frankenbott gemacht Ja, bei mir hat's eine Entscheidungsrunde, ne, 1-1. Noch eine, oh yeah. Ja, müssen wir ja. Ja gut, das stimmt. Aber ich nehme jetzt wieder hier den tollen Atom. Ach, den nimmst du? Ja gut. Den nimmst du, bist du dir sicher? Ja, ich wollte mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, dann halt mal auf die verschiedenen Skills der einzelnen Gamer aus, der einzelnen Robots auszunehmen. Ja, aber dann müsste ich ja jetzt eigentlich den hier nehmen, ne, den hab ich ja noch gar nicht gespielt. Ja, kannst du. Dann nehm ich den. Okay. Alles klar. Der ist ja um einiges stärker, ne, guck mal, was kannst du hier nochmal schieben. Ja, und der hat trotzdem vorher gegen Atom verloren. Aber Atom ist ja auch der Beste. Ich dachte, Zeus. Ja, Zeus, kannst du aber nicht sehen. Ja, Zeus, ja gut. Auf geht's, komm, mal gucken, wie ich dich jetzt auseinanderflücken will. Oh, der ist auf jeden Fall schneller. Oh, das war ganz, ganz knapp. Aber Deiner ist echt schnell. Wow, wow, wow. Holy shit. Alter. Aber jetzt kommt die Panzer. Wow. Oh shit. Noisy boy, komm schon. Noisy. Noisy boy, tu mir das nicht an. Noisy, gib dich. Boah. 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 Was macht Neujen? Hä, was macht Neujen? Boah. Johnny, Mike Tyson unter den Roboter da bleiben kann. Need to untere. Was Louis? Oh yeah. Was willst du, das wird schwierig, ne? Ja, wird schwierig. Mit einem Krüppelfott, Alter, was ist los? Der Walter ist... Komm schon. Schnell. Oh, 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 oh. Boah, das wird knapp. Komm schon! Junge! Habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen, wie ich ihn zermeint hab? Sehr, sehr geiler Kampf. Das war's für heute. Ich bin so am schwitzen, das ist unnormal. Ich hab mich richtig reingesteitert. Ich fand's sehr geil mit dem Chris heute. Komm schon mal vorbei, ne? Ja, natürlich, warum nicht? Es gibt auf jeden Fall nochmal ein Rematch irgendwann mal. Ja, hoffentlich, wa? Ich geh ein bisschen trainieren und dann geht's ab. Ja, und dann schalten wir auch noch Zeus frei und dann Chris Riech auf den Sack. Oh yeah, bis zum nächsten Mal. Ciao! Mach's gut!